Luis hat ein Paket von meinem Opa erhalten. Ja, das packen wir jetzt aus. Oder Luis packt das besser aus. Ich filme nur. Okay, einmal hier so ein Heftchen. Ein Heft. Ja, cool, wa? Taschenbuch ist das, stand doch dran. Ja. Boah, guck mal, kannst du Häuser basteln. Dann irgendwelche Basteln drin, Dinger. Dinger auch mal hier hin. Dann hier noch so ein Zettel. Naja, ein Brief. Ja, ein Brief. Während der Corona-Zeit keine Langeweile kriegst. Und auch ein Buch. Tragen Füchse Trainingshosen. Logisch. Na klar. Hier müssten, glaube ich, Pixiebücher drin sein. Ja. Cool. Zum Teil Sachen, die ihr da vergessen habt, wa? Mitzunehmen. Ja, die waren in meinem Zimmer. Mach hier nochmal mehr Pixiebücher. Tatsache. Was ich mache? Das sehe ich kurz wieder rein. Also man sieht, ein, zwei Pixiebücher. Bisschen Pappe darf nicht fehlen. Pinsel. Und Farben. Ja, Tischkasten. Schere, Deckel. Ja, die Deckel sollen, glaube ich, dazu mischen. Dann hier Häkelzeug. Ja, da kann der Luis jetzt häkeln. Das ist eine neue Mütze. Ich kann nicht häkeln. Nein, dann lernst du das. Dann hier ein Didel- Kisten, Stiftekistchen oder was auch immer das sein soll. Ein Didel-Block. Malkeilrahmen, also zum Malen. Das ist, glaube ich, auch irgendwie Farben. Ja, hier Farben. Ja, Acrylfarben. Und ein Block. Und ein Block. Ja. Und das war's. Und das war's. So, haben wir ein paar Käppchen ausgepackt. Ja. Das Like nicht vergessen. Genau.